Fragen wir nach bei Professor Thomas Jäger, dem Politikwissenschaftler, der uns aus Köln zugeschaltet ist. Herr Professor Jägermann versteht ja diesen Appell von Präsident Zelensky. Bloß, was nützt dieser Appell in dieser jetzigen Situation der Ukraine? Ich grüße Sie, Herr Fittkau. Und die kurze Antwort ist leider nichts. Denn die Reform der Vereinten Nationen hängt ja nun am Sicherheitsrat. Und im Sicherheitsrat gibt es eben fünf Veto-Mitglieder, die genau das verhindern können, wenn es ihren Interessen widerspricht. Und die Ukraine hat mehrere Versuche unternommen, Russland aus dieser Stellung zu bringen. Erst indem man gesagt hat, die sind ja überhaupt nicht Mitglied der Vereinten Nationen. Russland hat nie einen Mitgliedsantrag gestellt, ist nie aufgenommen worden. Das wurde dann qua Gewohnheitsrecht sozusagen abgebügelt. Man sagte, naja, das ist der Nachfolgestaat der Sowjetunion. Man hat versucht zu argumentieren, dass ein Staat, der als Aggressor einen anderen Staat angreift, im Sicherheitsrat nichts zu suchen hat. Das mag moralisch sehr gut begründet sein. Aber die Institution der Vereinten Nationen ist schlicht so, dass Russland dieses Veto hat. Und da geht kein Weg dran vorbei. Nun ist es ja so, Präsident Zelensky ist ja zum ersten Mal in diesem Jahr, konnte er persönlich anreisen. Im letzten Jahr ging das ja nicht. Er versucht ja in New York und dann morgen auch in Washington Werbung für eine weitere Unterstützung der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen die Russen zu betreiben. Welchen Eindruck haben Sie vor allem auch mit Blick auf das Treffen morgen mit Präsident Biden? Wird er da erfolgreich sein mit seinem Ansinnen, weitere Unterstützung zu bekommen? Ja, aber weniger bei den Vereinten Nationen als in den Vereinigten Staaten. Bei den Vereinten Nationen und vor allem dann das Treffen der Generalversammlung ist ja sowas wie die größte Politikmesse der Welt. Und da wird dann selten wirklich Politik gemacht, so wie auf der Buchmesse keine Bücher geschrieben werden, sondern da wird sie verkauft, da wird gehandelt. Und genau das ist, was eben auf dieser Generalversammlung eben auch gemacht wird. Man handelt miteinander, man versucht ins Geschäft zu kommen miteinander. Und das mag in dem einen oder anderen Fall gelingen. Nun sind ja die meisten Staaten über 140 schon darin einig, Russland für diesen Krieg zu verurteilen. Und die anderen, die noch unentschlossen sind, die sich nicht festlegen wollen. Da ist es nun wirklich schwierig, sie zu überzeugen, denn die Positionen haben sich verfestigt. Aber wenn es dann nach Washington geht und wenn Präsident Zelensky, Präsident Biden trifft und vor allem mit den Mitgliedern des Kongresses, den Senatoren sprechen wird, da wird er seine Botschaft rüberbringen, dass die Unterstützung der Ukraine auf Dauer gestellt werden muss. Und das wird er erfolgreich machen. Ja, während Zelensky also versucht, in New York und morgen in Washington weitere Unterstützung zu bekommen, gehen ja die Kämpfe, die harten Kämpfe in der Ukraine inzwischen weiter. Nun gibt es Erfolge für die Ukrainer. Es geht zwar langsam voran, aber sie können Erfolge vermelden. Gerade heute wird aus Bachmut gemeldet, dass ein Durchbruch gelungen ist. Heißt das, dieser Kampf, dieser Versuch, sich zu befreien gegen die Russen, könnte am Ende des Tages doch erfolgreich sein? Das ist genau die Botschaft, die aus dem Schlachtfeld sozusagen hervorgeht. Denn es ist ja nicht nur so, dass die Ukraine langsam vorankommt und das unter Bedingungen, unter denen kein anderer Staat diese Offensive gestartet hätte. Ohne ausreichend Material, ohne Luftüberlegenheit. Also unter ganz, ganz schwierigen Bedingungen gegen ein stark vermientes Gelände. Sondern die entscheidende Botschaft ist doch, es gelingt Russland nicht, in die Offensive zu kommen. Und zwar seit 2022 nicht mehr. Die einzigen Offensivaktionen, als Russland wieder die Initiative übernommen hat, die fanden um Bachmut statt. Und das waren Söldner, die hier gekämpft haben. Die russischen Streitkräfte sind nicht in der Lage, sozusagen den Spieß herumzudrehen und wieder in die Offensive zu gehen. Und das Land wirklich zu besetzen, von dem Präsident Putin sagt, das ist ja inzwischen schon Russland. Und insofern ist das ein harter Abnutzungskampf, der hier stattfindet, in dem die Ukraine aber erfolgreich ihre Initiative verteidigt. Professor Thomas Jäger war das, der Politikwissenschaftler. Ich sage danke für Ihre Zeit und danke für diese Analysen. Ich danke Ihnen sehr herzlich, Herr Fittgau.